Mein Name ist Paul Rottler. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber von Brillenrottler, Brillen und Hörgeräte und ich freue mich, dass wir heute hier sein konnten. Wir haben unser 75-jähriges Firmenjubiläum gefeiert, was man eigentlich ganz normal persönlich feiern würde. Aber Corona, wie so vieles andere auch, hat alles verändert und wir wollten unbedingt mit unseren Mitarbeitern, mit all unseren Mitarbeitern gemeinsam feiern. Und das ging nur auf diesen Weg. 600 Menschen an einen Ort zu bringen, ist eine große Herausforderung. Und Go4It hat es möglich gemacht, dass wir alle zusammen an einem Ort sein konnten oder uns zumindest so gefühlt haben. Und ein Satz hat mich geprägt bei Go4It, bei der Vorbereitung. Die haben mir gesagt, es gibt nichts, was nicht digital möglich war. Und deshalb sind wir heute hier gewesen. Unsere Erwartung war es, alle Menschen draußen auf dem Sofa irgendwie zu greifen und mit in diese Halle zu führen. Und das hat geklappt. Es gibt keine Bedenken, dieses Event nicht in irgendeiner Form, egal ob mit 100, 300 oder 3000 Menschen durchzuführen. Ja, an alle diejenigen, die darüber nachdenken, so etwas zu tun oder es zu lassen. Ich kann es nur sagen, macht es. Und wenn ihr es macht, dann macht es mit Profis und nicht irgendwie selber vom Büro aus. Viel Erfolg bei eurem Event.